Chiara will Moritz' Job sichern. Simone kommt glücklich aus der Reha wieder. Chiara geht davon aus, dass sie Simone überzeugen kann, Moritz nicht zu feuern und ihn weiter an, Battle on Ice, mitarbeiten zu lassen. Doch dann bringt Simone Chiara mit einem Angebot in Bedrängnis und ihr Gewissenskonflikt wächst. Als Simone aus der Reha zurückkehrt, ist sie glücklich, ihre Familie unter einem Dach vereint zu wissen.